Mahlzeit. Ja, zum Thema IQ ist nichts, Unbildung alles. Ich muss immer wieder darauf hinweisen, wer einen relativ geringen IQ hat, der kann trotzdem lernen, der kann sich bilden und wenn man sich bildet, dann hat man Wissen, Wissen kann man kombinieren, das nennt man Denken. Ich muss es immer wieder sagen, das ist wichtig. Es gibt genug Hyperintelligente, die sich aber auf bestimmten Gebieten überhaupt nicht gebildet haben und deswegen die entscheidenden Dinge nicht kombinieren können, weil sie dieses Wissen eben nicht haben. So, in diesem Fall hier auf YouTube, sage ich nur, kann man sich mit Schmutz waschen, kann man sauber werden. Ihr ahnt schon, worauf es ankommt. Ich werde dann unten, beziehungsweise, ja, unten werde ich auf jeden Fall dazu verlinken, zum eigentlichen Artikel. Der läuft dann auf Telegram, weil hier geht das nicht. Es ist dringend, das zu beachten, denn dann habt ihr Wissen, wo ihr sagt, um Gottes Willen, wenn ich das jetzt weiterhin so geschehen lasse, wie es alles läuft im Moment, dann wird es gefährlich. Also Leute, macht was. Macht was, aber macht es gut. Bis dann. Einen schönen Sonntag wünsche ich erstmal. Bis zum Wiedersehen auf Telegram. Tschüss.